Was sind das nur für Kapitalmärkte? Die Zinsen faktisch abgeschafft. Die EZB, sie kauft mittlerweile gar Unternehmensanleihen. Und selbst unser Bargeld steht zur Debatte. Das sind Entwicklungen, die nachdenklich machen und die hier und heute diskutiert werden müssen. Mit Professor Hartwig Weber-Sinke, er ist Dekan der Wirtschafts- und Rechtsfakultät der Hochschule Aschaffenburg. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und den Besuch hier in Frankfurt. Herr Weber-Sinke, Aufreger, Thema Nummer eins sind natürlich aktuell die Negativzinsen, die ja nunmehr auch schon die Privatanleger erreicht haben. Wie kaputt? Drastische Frage, zugegebenermaßen. Wie kaputt ist unser Finanzsystem? Ich weiß gar nicht, ob unser Finanzsystem kaputt ist, aber unsere politischen Rahmenbedingungen sind kaputt. Denn das ist ja das Ergebnis. Die EZB macht diese Politik ja als Antwort auf die massiven Krisen, die wir in Europa haben, die wir in der ganzen alten Welt haben. Überschuldung, Strukturprobleme, die Wähler auf der Flucht. Vor unseren 30, 40 Jahre lang haben wir Europa gebaut und jetzt zerbricht Europa Schritt für Schritt nach dem Brexit. Also viele Fragen. Und der negative Zins ist nur die Antwort, um das System ein Stück zu stabilisieren, vielleicht zu retten. Ich habe es angesprochen in der Anmoderation. Die EZB kauft mittlerweile sogar Unternehmensanleihen, verzerrt dadurch ganz erheblich die Märkte. Die Bank of Japan beispielsweise kauft den halben Nikkei leer. Von China will ich jetzt erstmal gar nicht sprechen. Haben wir überhaupt noch freie Finanzmärkte? Können wir davon noch sprechen oder gehen wir Richtung Zwangswirtschaft? Definitiv keine freien Märkte. Wenn wir einen so großen Marktteilnehmer haben, der als massiver Käufer kontinuierlich auftritt, sind das keine freien Märkte mehr. Der Hauptaktionär vieler Unternehmen in Japan, Sie haben es angesprochen, ist plötzlich der Staat. Das sind Formen der Verstaatlichung, wie wir sie uns gar nicht vorgestellt haben. Es macht große Probleme im täglichen Handeln der Wertpapiere. Geldbrief, also Ankauf- und Verkaufskurse sind weit auseinandergegangen. Die Liquidität ist schwächer geworden. Also von effizienten Märkten sind wir weit entfernt. Deshalb wird wegen der Negativzinsen, wegen der Verzerrungen durchaus gesagt investieren statt sparen, weil es gibt ja nichts mehr aufs Tagesgeldkonto oder Sparbuch. Im Klartext heißt das ja aber auch raus aus dem Sparbuch, Herr Weber-Sinke. Ist das auch aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Absolut. Also selbstverständlich brauchen wir immer ein Sparbuch, immer Festgeld. Aber wir haben viel zu viel davon. Wir haben ja über 1200 Milliarden Euro auf unseren Girokonten, weil uns einfach nichts mehr einfällt. Das ist aber keine Lösung. Das wird gebührenpflichtig. Die Raiffeisenbank Bund ist für mich nur der Pilot sozusagen. Wir werden ganz viele andere Banken erleben, die nach und nach, nicht aus Bosheit, sondern einfach, weil sie selber der EZB eben 40 Basispunkte zahlen müssen, auch die Kunden zur Kasse bitten werden. Und dann ist die Antwort natürlich, dass ich mir Gedanken mache, was gibt es denn noch neben Sparbuch und Festgeld? Und dann muss ich mir das Substanzvermögen anschauen. Die Immobilien haben wir. Über die Hälfte des Privatvermögens in Deutschland sind Immobilien. Aber mit den Aktien tun wir uns schwer. Wegen ihrer Schwankungen, wegen ihrer heftigen Erlebnisse, die wir da immer wieder haben. Und ich glaube aber, wir müssen uns damit beschäftigen. Sie haben es schon angesprochen. Die Deutschen haben ein bisschen Angst vor der Aktie, vor einem Kurszusammenbruch. Jetzt haben wir hier die Gelegenheit, mal ganz stark für die Aktie zu werben. Was sind die Vorzüge? Ja, die Vorzüge sind natürlich, dass diese Rahmenbedingungen, die wir beklagen, extrem niedriger Zins, niedrige Rohstoffpreise, das ist ja ein gedeckter Tisch für erfolgreiches Management. Das heißt, gute Unternehmen, gutes Management kann diese Rahmenbedingungen nutzen. Und wir leben ja nicht in einer Weltrezession, sondern die Weltwirtschaft wächst. Nicht so stark, wie wir uns das wünschen, eher seitwärts, aber immerhin mit drei Prozent. Das bedeutet mikroökonomisch, dass bei den Unternehmen natürlich Aufträge ankommen. Und wer hier sinnvoll gut arbeitet, kann ganz viel Erfolg für seine Aktionäre erzielen. Und das sehen wir ja auch. Nennenswert. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht nur in Deutschland investieren können in Aktien, sondern auch weltweit. Nur viele Deutsche tun es nur in Deutschland. Ist das ein Fehler? Muss man einfach auch auf der ganzen Welt unterwegs sein? Ja, das ist eine Frage natürlich des Wissens und auch der Zeit, die ich dafür habe. Wenn ich viel Zeit habe, ist das natürlich eine spannende Aufgabe, jeden Tag zu versuchen, die Welt zu verstehen und zu übersetzen in den wirtschaftlichen Entwicklungen, bis hin zu den Unternehmen, die ich aus den verschiedenen Kontinenten und Ländern dann auch erwerbe. Aber ich glaube, wir brauchen da Hilfe. Wir können nicht die ganze Welt uns anschauen und die ganzen Unternehmen der Welt im Detail analysieren. Das halte ich für eine Einzelperson einfach für unmöglich. Hier brauchen wir Hilfe, hier brauchen wir Gesprächspartner, gute Berater, gute Vermögensverwalter, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen. Denn wir irren natürlich auch immer wieder. Die Prognose hat einfach als Element, dass immer wieder Irrtum dabei ist. Und deshalb muss ich viele Ideen generieren und mich intensiv damit beschäftigen. Ihr Fazit aus diesem Gespräch. Wie sollte ich jetzt also am besten mein Vermögen aufbauen, fürs Alter vorsorgen? Wie einfach die Finanzen zusammenstellen, dass es gut geht für mich? Für die kurze Frist brauche ich weiter Festgeld und das Sparbuch, auch wenn das gebührenpflichtig wird. Aber ich brauche für die langfristige Kapitalanlage selbstverständlich Immobilien, aber auch Aktien. Und einen nennenswerten Aktienanteil sollte man wirklich ins Auge fassen, aber langsam sich hineintasten und vielleicht auch nicht selber versuchen mit Einzeltiteln. Weil wenn ich ein, zwei Aktien kaufe, dann ist der Schiffbruch ja vorprogrammiert. Es macht viel mehr Sinn, beispielsweise in Investmentfonds oder wenn ich größer bin, mit einem Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten. Weil dann habe ich das Know-how, habe die Mischung in meinem Vermögen. Und ich glaube, das ist langfristig dann erfolgreich. Auch da wird es immer schwache Tage, schwache Monate, schwierige Phasen geben. Das muss ich mental aushalten. Aber langfristig bestimmt erfolgreicher als das Sparbuch. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, gute Kernaussage. Langfristig investieren in Aktien. Warren Buffett hat es ja auch vorgemacht, der weltweit bekannteste Value-Investor. Das war Professor Hartwig Weber-Sienke von der Hochschule Aschaffenburg. Hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.